Es ist wie ein Auge. Sie gehen heute in so ein vollen Nobelrestaurant, stimmt das? Haben wir an sich überlegt. Schon, oder? Das habe ich mir jetzt schon veroffen mitgenommen. Schau mal, wenn es der Flieger ist, müssen wir sehen. Ja, das ist ja so schön. Das ist auch schön, so ein Rundfahrt mit einem Flugzeug über Eisdruck. Bevor du reinfliebst, leg die Kamera weg, weil sie schärft nicht mehr. Du kannst ihn nicht mehr. Ach so! Wenn das so ist, vielleicht kann man anfangen. Jetzt müsste man zerbauen, das ist jetzt voll das Boot sein. Jetzt muss es steuern. Pass auf! Ich nehme mich nicht zusammen. Ich bin voll seriös! Ich gehe nicht schon aus demgib sitzen. mich? Ich bin echt nicht. Das istī. Ich möchte ein Horatio-Photo haben. Ich möchte ein Horatio-Photo! Jetzt! Ich möchte ein Horatio-Photo hast. Sie sehen einen Häusch, aber ich möchte ein Horatio-Photo haben. Sie sehen sich eine Katastrophe, oder? Sie sehen sich schon wieder. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Bis zum nächsten Mal.